Ah, lotsam, weiter geht's mit Fortnite. Spaß beim Zuse wünsche ich. Auch in der siebten Woche, Fortnite Kapitel 3, Saison 3, gibt es wieder Schnippsaufträge. Das hatte ich völlig vergessen, mich darum zu kümmern vorher. Und zwar müssen wir mal wieder sechs Aufträge abschließen, um diesen Kopf zu erhalten. Und 55 um diese Beine. Das müsste in dieser Woche machbar sein. Drei Aufträge, komischerweise, gibt es dieses Mal nicht. Ja, dann geht's nochmal weiter. Da, 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 links von dir. Da. Nein, du wirst es auch nicht mehr schaffen. Guck mal, Zone ist so weit weg und gleich geht sie noch weiter bis nach hier. So, hier gab's dann für die Schnippsaufträge, die Beine Knochenläufer. Den Kopf Kala Wahnsinn. Ja, damit ist Schnipps für diese siebte Woche schon erledigt. Ging ja doch schneller als erwartet. Ja, hier nochmal der Kopf Kala Wahnsinn. Und die Beine, Unterkörper, Beine Knochenläufer. Das andere können wir diese Woche nicht schaffen. 55, 65, unmöglich. 55 von 75 geht logischerweise auch nicht. Und die nächsten Fragezeichen sind es in 7, 14 Tagen etc. verfügbar. Ja, ja, ich sag da mal Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.